Liebe Freunde des Deutschlandkuriers, recht herzlich begrüße ich Sie zu einem neuen Video. Die Ampel feiert, feiern in Anführungszeichen, Geburtstag. Sie wird zwei Jahre alt. Man kann vieles Negative über sie sagen, aber eines kann man nicht sagen, nämlich, dass sie unehrlich gewesen sei. Man lese das Koalitionsprogramm. Nun, mit Blick auf die Vorgängerjahre, kann man sagen, die Regierung Scholz ist eine Gruppe von würdigen Exekutoren eines, wenn man es etwas zuspitzt, Vernichtungsprogramms. Blicken wir ganz kurz auf die Vorgängerregierung, von der sie den Stab übernommen hat im Dezember 2021. Thilo Sarrazin hat in der Spätzeit der Ära Merkel eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel »Wir schaffen das«. Und in dieser Publikation hat der bekannte Publizist herausgearbeitet, dass die Politik Angela Merkels genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was im CDU-Programm steht. Was stand da? Nun, steht wahrscheinlich immer noch dort, »Die Schuldenlast soll verringert werden. Stattdessen hat Frau Merkel mehr Schulden gemacht. Die Steuerlast soll reduziert werden. Stattdessen wurden den Bürgern immer mehr Steuern aufgebrummt. Die Kernkraft sollte laut Programm erhalten bleiben. In der Wirklichkeit hat man den Kernkraftausstieg hauruckartig beschlossen. Die Zuwanderung sollte begrenzt sein und begrenzt werden. Stattdessen waren am Ende der Ära Merkel so viele Migranten wie nie zuvor im Land. Nun, der Niedergang war schon 2021 absehbar, insbesondere nach den brachialen Corona-Schließungen. Seither wurde er weiter beschleunigt. Nun, die Schädigung Deutschlands wird im Koalitionsvertrag mit einigen ideologischen Floskeln kaschiert. Nur drei Punkte sind zu nennen. Erstens die radikale Energie- und Klimawende, die Umverteilung und Verarmung weiter vorantreibt. Daneben ist als weiterer Programmpunkt die Verschleuderung von Steuergeldern zu nennen. Zuletzt haben wir den Klimagipfel in Dubai erlebt. Auch da wurden wieder mindestens 100 Millionen Euro locker gemacht. Volksvermögen, das jetzt an Länder gegeben wird, die angeblich betroffen von den Schäden des Klimawandels seien. Wobei niemand so genau angeben kann, um welche Schäden es sich genau handelt. Volksvermögensverschleuderung im großen Stil ist eines der wichtigsten Ziele der Ampelkoalition. Ich nenne nur einige wenige Punkte. Man könnte die Liste beliebig erweitern. 10 Milliarden war zu lesen, wurde für Indien locker gemacht. 4 Milliarden für das Land Niger, das jetzt nicht mehr in der Lage ist, die Migranten, die nach Norden strömen, zu stoppen. 20 Milliarden, so konnte man lesen. Wahrscheinlich sind es wesentlich mehr, wurden an die Ukraine gegeben. Daneben 30 weitere Geschenke, beispielsweise zu nennen Nigeria an die Palästinenser und an die NGOs in Afghanistan. Das ist sehr wichtig, dass es sich um NGOs handelt, denn der bekannte ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Er hatte behauptet, die Bundesregierung stärke die Taliban. Stattdessen wurde dann belegt, die Bundesregierung gibt das Geld einige hundert Millionen Euro an Nichtregierungsorganisationen, die sich dann um die notleidende Bevölkerung dort kümmern. Das ist sicher ein edles Motiv. Das Problem ist nur egal, wer das Geld bekommt, die Summe ist weg. Und wenn man alles zusammenzählt, sind das etliche Milliarden, die natürlich hier fehlen. Denn jeder weiß, wie marode die Infrastruktur ist. Straßen, Gebäude, Schulen, um nur einige Beispiele zu sagen. Nun, ein Schwerpunkt des Koalitionsvertrages, der auch ziemlich brutal abgearbeitet wird, ist die sogenannte große Transformation. Was heißt das genau? Nun, dazu gehören viele Bestandteile. Ich nenne nur einige Beispiele. Es geht um die Schwächung der einst weltbesten Autoindustrie. Das heißt, die Elektromobilität wird propagiert, ohne für ausreichend taugliche E-Autos bisher zu sorgen, in der entsprechenden Preiskategorie. Und dann fehlen obendrein noch ausreichende Ladestationen. Und es ist nicht absehbar, dass sie rechtzeitig zum Aus des Verbrenners dann auch errichtet werden. Die energieintensiven Industrien werden ins Ausland vertrieben, insbesondere durch die Kündigung billiger russischer Energie- und Gaslieferungen. Die Aufstockung des Bürgergeldes, da ist man ja besonders stolz fördert, und zwar massenhaft vorgezeichnet durch das Corona-Regime, den unmündigen Bürger, der Unterstützungsempfänger wird und nicht arbeitet, für den sich auch Arbeit oft gar nicht lohnt. Zudem hat es für die Ampel noch einen weiteren Vorteil, das Bürgergeld aufzustocken, nämlich es werden weiter Sozialmigranten angelockt, vor allem durch Bürgergeld. Und dann ist zusätzlich noch die Kindergrundsicherung zu nennen. Die große Klima- und Transformationsumverteilung ist der Hebel für eine Schuldenorgie, die beispiellos ist in der deutschen Geschichte. Man konnte lesen, ich habe die Zahlen im Einzelnen nicht prüfen können, ein Drittel mehr Schulden wurden gemacht, allein in den letzten wenigen Jahren, und das auch noch nach Corona. Und da war schon die Schuldenumverteilungsorgie in vollem Gang. Unter das Sondervermögen fiel auch der sogenannte Corona-Wiederaufbaufonds. Sie merken also, die Schuldenbremse wurde in den letzten Jahren mehr und mehr umgangen durch sogenannte Sondervermögensfonds. Also man hat die Schulden einfach umgewidmet zu Sondervermögen. Und dazu gehört auch der Corona-Wiederaufbereitungsfonds. Das heißt, es werden vertragswidrig Gelder aufgenommen durch die Staaten, die dann von der EU umverteilt werden. Denn rein formell darf die EU keine Schulden aufnehmen. Selbstverständlich ist Deutschland und zwar in erheblicher Weise Nettozahler. Auch die EU ist das, was mittlerweile die Bundesrepublik geworden ist, nämlich eine Geldverschleudungseinrichtung. Wir haben ja alle gehört, der Impfstoff-Deal mit Bill Gates hat zu einer Vermögensvermehrung des superreichen US-Bürgers um ca. 100 Milliarden geführt, allein im Jahre 2022. Nun, das Bundesverfassungsgericht hat vor einiger Zeit diesen Fonds auf EU-Ebene, diesen Corona-Wiederaufbaufonds gebilligt. Anders sieht es jetzt mit den Klima- und Transformationsfonds aus. Diese wurden für verfassungswidrig erklärt. Darunter auch die Deckelung des Strompreises, der aber von der Ampel selbst künstlich erhöht wurde, bekanntlich durch die Kündigung des billigen Gases und durch den Ausstieg aus der Kernenergie. Nun nehmen wir in Kürze noch einige andere Beispiele für den enormen Dilettantismus, der uns in Berlin begegnet. Ein Teil der Asylverfahren soll nun an die EU-Außengrenze verlegt werden. Natürlich wollte man das nicht. Man ist unter dem Zwang der Verhältnisse dazu genötigt worden. Man hat das natürlich positiv verkauft, indem man sagt, endlich können wir umverteilen auf EU-Ebene. Aber wenn man natürlich genau hinschaut, ist das alles Murks und Dilettantismus. Denn der Hauptstrom der Asylmigranten kommt ja aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote, weswegen sie immer hoch ist. Ich weiß es nicht. Und für diesen Hauptstrom sind die Asylzentren, die jetzt geplant sind, an der EU-Außengrenze gar nicht zuständig. Selbstverständlich steht die aktuelle Regierung nicht dafür, die Pull-Faktoren zu verringern. Im Gegenteil, man hat sogar im Koalitionsvertrag einiges festgelegt, das weitere Migranten anzieht, nämlich die Verramschung der deutschen Staatsangehörigkeit, die es jetzt ordentlicherweise schon nach fünf Jahren gibt. In speziellen Fällen sogar wird diese Phase noch verkürzt, nämlich auf drei Jahre. Man behauptet, ohne diese Änderungen kämen weniger Fachkräfte nach Deutschland. Das ist natürlich unsinnig, denn die Fachkräfte sind überall begehrt und ihnen geht es im aller Regelfall natürlich nicht in erster Linie um die Staatsangehörigkeit des Landes, in das sie einwandern. Nun, kürzlich hat ein FDP-Mann aus der zweiten Reihe erklärt, was er denn an der Ampel gut finde. Nun, sie hätten die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre, so hieß es bei ihm, gut abgebildet. Er meint also allen möglichen emanzipatorischen Klim-Bim, Cannabis-Legalisierung, Gender-Wahn und seine Förderung und nicht zuletzt das berühmte Selbstbestimmungsgesetz. Der Kern dessen ist von Frau Paus direkt auf den Punkt gebracht worden, Nämlich, eine Frau ist eine Person, die sich als Frau fühlt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. All das hingegen, was für breitere Bevölkerungsschichten hilfreich wäre, ist entweder gar nicht angepackt worden oder kläglich gescheitert. Dazu zählt auch ein verfassungskonformer Haushalt. Die Finanzexperten der Regierung sind nicht einmal in der Lage, einen verfassungsgemäßen Haushalt nach den Richtlinien des Bundesverfassungsgerichts festzulegen. Denn wenn man vor wenigen Tagen die Debatte sich angehört, dazu stellt man fest, auch der Neuentwurf, der Nachtragshaushalt für 2023, wird den Regelungen des Bundesverfassungsgerichts eben nicht gerecht. Denn die Nettokreditaufnahme nach diesen Vorstellungen, die aber noch verändert werden dürften, ist immer noch zu hoch. Und damit ist das Ganze wahrscheinlich auch im neuen Anlauf nicht verfassungskonform. Es sei denn, man ruft eine Notsituation aus. Aber jeder weiß, dass diese nicht gerechtfertigt ist. Denn sie ist ja durch völlig falsche Weichenstellungen selbst herbeigeführt worden. Kurz vor dem zweiten Geburtstag der Ampel kam noch ein weiteres vernichtendes Zeugnis nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich der sogenannte zweite PISA-Schock. Es gab ja schon einen vor knapp 25 Jahren. Und dieser PISA-Schock dokumentiert alles andere, nur nichts Neues. Er belegt erneut, wie schon viele Vorgängerberichte, das eilstige Bildungsland ist abgebrannt. Für vieles gibt es Investitionen, nur nicht für die, die dringend nötig werden. Für die Zukunftssicherung, für die Zukunftsfähigkeit des Landes insbesondere drei Punkte wurden aufgeführt. Die Schließungen im Zuge der Pandemie oder Schein-Pandemie wirken sich natürlich sehr negativ aus, wie zu erwarten war. Hinzu kommt der Lehrermangel und insbesondere die Probleme, die die Integration vieler Migrantenkinder bereiten. Denn es gibt natürlich auch Detailstudien und die besagen, dass also die Fähigkeiten dieser Migrantenkinder tendenziell, nicht in jedem Einzelfall, aber tendenziell natürlich deutlich schwächer sind als die der Einheimischen, was ja nicht verwundert. Das hängt unter anderem auch mit den oft fehlenden Sprachfähigkeiten zusammen. Im Netz kursiert dieser Tage ein schöner Ausspruch, den ich sinngemäß wiedergebe. Er lautet, unser Land ist nur noch in der Höhe der Steuern, in der Höhe der Stromkosten und bei der Flüchtlingsaufnahme führend, sonst aber nicht mehr. Ich schließe mich zum Ende einen Ausspruch des lange verstorbenen rheinischen Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch an, der sagte schon vor einiger Zeit, alles, was wir machen, machen wir uns vor. Und wir können sagen, noch nie hatten wir eine illusionistischere Regierung als heute, die zwar die Weltrettung propagiert, aber ihr eigenes Volk außen vor lässt und höchstens als Volk zweiter Klasse betrachtet. Neuwahlen werden angesichts dieser Desolaten, Situationen nicht reichen. Es bedarf einer kompletten Wende. Wollen wir hoffen, dass diese kommt.